Da vorne? Da vorne. Au. Au, au, au. Cool, jetzt kann ich den Wasserfall anhalten. Oder auch nicht. Ah doch, er kriegt's hin. Okay, cool, cool. Ich traue den gesamten Scheißfrieden hier. Kein Stück noch. Ich bin da. Und... WIIIIIIIIIIIIIIAAятность! Wir sind da! So... Schaut mal, Veganer! ok 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 lesen über eine weile auf einem posten geblieben die war okay gut das muss wieder so erklärt warum wieso weshalb ich habe jetzt gehen wir mal entspannt raus anscheinend nicht aber so fall ist wieder an dr schatz und runter oder sterbe ich keiner von mir richtig gespräch bereit also unhöflich jetzt einfach hier durch schnell interessant oder eine liebe und das besser hat er keine mitbekommen ich bin dann weg wir sind voll auf drohe gehen voll die heilplantage die du ach hier hier das wichstück ähm verstanden komme sofort positionswechsel hier bleiben nicht mehr du komm du scheiße hey weiterkopf muss nachladen ich habe mich intelligent und verbündete oder ja ist ein ganzer toller da ist nicht so wichtig ich habe auf scheiße herr clafer u wirken tecke da auch nicht mal erst so anschein weg aber nicht scheiße wie sie die fackfack auf alt Was war das? Äh, was war das? Ha! Okay. Ich greife jetzt an! Na komm, na komm, na komm! Ach, echt jetzt? Na komm, zeig mir, du kannst, zeig mir, was du kannst! Wie! Toi, natürlich erwischt genau sie! Ja, die lockte auch. Ja, scheiße, wa? Schönen guten Tag! Ja! Schönen guten Tag! Aber ich muss dich bitten, sie für mich zu holen! Hm, Peke! Ich weiß, wo? Da unten! One hundred Meter das entfernt doch! Ich weiß nicht, ob das Geräusch ist, aber okay! Oh, voll die Drohung hätte ich ja! Cool! Ich geh nochmal kurz hoch! Was ist das jetzt? Gleich nach unten! Okay, haben wir! Das ist nicht so schwer! Hm! Interessant! Ähm! Klar! Ja, klar! Easy! Okay! Gleich dann rum! Okay, dann hat's easy! Und du gerst weg! 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 hier das gebiet ja von wem vor was hallo geht nach sachen hier ich bin nicht so ein dr ich bin Tierarzt aber so wie es im Moment aussieht auch der Notarzt hier schusswunden zunähen ist wirklich was anderes als Kälber zu hell zu bringen was sag ich dir tut mir leid ist doch egal die Sache ist die ich bin über etwas gestolpert das die Angels anziehen tut mir leid das heißt wir könnten sie zusammen ich wollte einen Feldversuch starten aber der ist schiefgegangen du willst einmal den Angels Trime ich hab doch was schauen ich muss zurück zum Gefängnis kannst du mir helfen ja geh davor wenn du alles findest haben wir vielleicht eine Chance zu überleben ja hab ich bestimmt schon bei hm interessant ich weiß es war keine gute Idee alleine nach draußen zu gehen aber ich wollte niemanden in Gefahr bringen die lage im Gefängnis mhm und 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 welche heute fahrkörer ohne sammeln aufgaben ist auch kein fahrkörer oder noch mal klar ist das lehrer können wir wollen geschickt als brot fallen bogen krieger hin das gefängnis verteidigt gerne danke so schwarz bär gleich links von mir ja mal hier vor mir geht mal zum lager dann hat hier wirklich in der nähe oder ein gut checkpoint für ihn scheiß nicht so lager liegen dass er pecky sind aber mal jemand zu kacken knallvertiere nicht so der gute spruch aber sie hat angefangen mit dem scheiß wir wollen nur dass sie etwas zum anziehen und die ja klar steht die gleiche neben oder wort blöde Zipper alter naja alles gut, alles gut, alles gut ok, klar, klar, easy, easy jetzt klick die in dir, ne? du musst nur zu fassen, geht da zu f blends erscheint natürlich you brand di Mmmh!